Hallo und herzlich willkommen zurück zu Super Mario Galaxy zum siebten Part, so weit ich weiss. Im letzten Part haben wir da diese Schabernackkometen, oh, ähm, ok, haben wir die Schabernackkometen gefunden und gleich in der Terrasse gibt es den ersten und ich würde sagen, machen wir zuerst gerade das. Bevor was anderes geschieht. Ich muss jetzt schnell schauen, wie ich das letzte Mal die Kontrolle in der Hand gehalten habe. Ähm, ich habe da immer ein kleines Problem. Und, aber egal, machen wir gleich los, gehen wir gleich los. Airplanet Galaxy, Einflug auf Roter Komet. Ist das die Zeit, die da eine Rolle spielt? Ich weiss es nicht. Können wir nachher mal lesen gehen. Aber jetzt. Imanflug auf Roter Komet. Zeit am Griff, Dino Piranha. Piranha, 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 ha, 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 ha. Lauf, kleiner, lauf. Wir haben drei Minuten Zeit dafür. Ähm, sollte eigentlich kein Problem, ja, komm schon. Ein Stück weiter ist ein Freund. Ist ein Freund. Ist ein Freund von mir. Beide ich schnell. Ähm, ja, ok. Ich versuche es. Oh, verdammt. Das hat, das hat Zeit gekostet. Och nee. Jetzt muss ich diese noch sammeln. Keine Zeit zu quatschen. Okay, uiuiui. Ah, verdammt. Okay. Nimm dir Zeit und... Hol dir Leben. Vier, drei. Da sind die nächsten. Ah, ja. Sag nicht. Gut. Uah, komm. Ach, Mensch. Ach. Komm, lauf. Wo ist der letzte? Ach. Was war das? Wo muss ich hin? Oh, Gott. Was soll das? Mach es jetzt einfach. Ja. Oh. Okay, machen wir es so. Und? Aber Leute, wir haben ja immer noch... Fast drei Minuten. Ah, geht. Verdammt. Ah. Ich sollte... mich konzentrieren. Sonst wird das nichts. Komm schon, Mario. Lauf, lauf, lauf. Äh, flieg, flieg, flieg. Wo muss ich jetzt... Ach, hör auf. Nein, das bringt nichts. Wow. Doofen Hund. Geh weg. Weiter, weiter. Ach, geh weg, du Hund. Kittenhundchen. Kittenhundchen. Ja, letztes Mal gingen wir ja diese komische Abkürzung. Schauen, was jetzt passiert. Ah. Ja, letztes Mal gingen wir die Abkürzung und... Da... Ich wusste doch, dass mir das nicht bekannt war. Und dann... Musste ich dann da auch... Ja, dann kam ich, glaube ich, hier irgendwo raus. Ah. Verdammt. Wir haben... Aber ich glaube, das ist... Komm, 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 komm. Jawollski. Hier. Jetzt kommst du dran, du Piranha. Du Dino-Piranha. Okay, dann... Geben wir mal vollgasier. Und jetzt wird er wütend. Ach, du Kleiner. Ich mag nicht babysitten. Ich hab keine Zeit für... Ach, Mensch. Ich hab keine Zeit für dich. Jawoll. Das war die Eins. Ja, komm. Hör auf damit. Ach, Leute, Leute, Leute. Oh. Der meint es ernst. Oh, mein... Au. Wir haben noch Zeit. Ich hole mir ein bisschen... Energy. Was ist das da eigentlich? Hey. Du mich verarschen. Ach, ich scheisse drauf. Oh. Leute, warum krieg ich das nicht hin? Kann mich das mal jemand erklären? Warum ich ein Noob bin und das nicht hinbekomme? Komm schon. Ja. Leute, ich... Ich hab mich gerade angestellt. Ach. Und... Ja, aber egal. Wir haben es geschafft. Ja, das war's. Spiel beendet. Fast. Nein, fehlen uns noch... Wie viele Steine fehlen uns noch? Ja, ich weiss. Ja, von mir aus. Ja. Okay. Dann schauen wir mal, was es sonst noch gibt. Gibt es da noch was? Da haben wir bisher alles. Honig... Bienenkönigreich. Das kommt noch. Da gibt es nichts. Und die sind komplett... Okay, zurück. Dann schauen wir mal, wo wir noch was zu tun haben. Ich geh jetzt erstmal auf die Tafel und schau ich da ein bisschen um. Da... Okay, nichts. Dann gehen wir gleich... in das Badezimmer. Hurra! Oh. Hihi. Di 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 di... Ja, komm schon Mario. Okay... Da haben... Oh! Wir haben noch... ...Stern in der Sternstaubgalaxie! Sternstaubgalaxie, ja! Ähm... Comics Flotte greift an! Ach nee... Muss das sein? Hm... Auch diese! Sie Typen! Huah, ja! Oh! Und... Äh, kann ich bitte da weiter? Wäre freut mich! Oh, diese Schiffchen... Die Kellen kommen mir sehr bekannt vor! Och! Lass mich doch... ein bisschen teilen! Und dann... Du und... Tock! Zu verloren! Oh! Hoppla! Was haben wir hier? Sicher noch ein paar Sternenteile! Juhu! Sternenteile verdrungen! Puda! Ja! Dann müssen wir sie wohl den... Schalter betätigen! Ähm... Ach, was du sagst! Und... Und hopp! Das haben wir auch! Hätte ich jetzt auch mit einem Weitsprung geschafft! Aber egal! Ja! Ja! Das weiss ich! Komm! Und... Tschüss! Warum erklärt ihr mir, wie ein Drehsprung funktioniert? Ähm... Komm! So! Dann muss ich ja rauf springen! Und dann... Hopp! Komm, 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 komm! Und... Ach... Ich weiss doch wie es funktioniert! Jetzt müsst ihr mir nicht dein Level... zeigen... Das mir jetzt... Zeigt, wie das mit dem Drehen funktioniert! Ach... Klar! Und du, was willst denn du da oben, Kamek? Komm, 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 komm! Sternenteile! Ja, euch... Befreie ich später! Erstmal muss... Kamek! Verschwinden! Hahaha! Da hast du nichts mehr zu lachen! Und... Da gibt's noch eine Schatztruhe! Und... Da! Und... Tschüss! Okay... Dann sind wir halt eben da oben... Tock! Angedotzt! Und noch mehr Sternenteile! Wie nice... Ähm... Darf ich bitte da rüber? Ich will wissen, was da ist! Muss es doch was geben! What? Wo bin ich jetzt? Ach... Sternenteile! Ganz viele! Hurra! Leute, wir haben ein Siegwerk gefunden! Hurra! Wie schön ist das denn! Ich will ja auch! Sieh noch was! Ein Anker! Ein Anker! Ein Ankerschinn! Okay, und dann geht es gleich weiter! Cool! Komm her! Ich brauche dich! Ich brauche dich! Und... Ich bin schon mal gesprungen! Hey! Kommst du mal her! Da ist noch eine Schatztruhe! Du... Du mir gerade mal öffnen... Könntest! Achso! Ja! Okay, Karmek! Oder Karmek! Oder wie du auch heißen magst! Jetzt geht es dir an den Kragen! Ach nee, du bist ja nicht Karmek! Du bist... Du bist die... Frau von Karmek! 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 Ja, die sollte eigentlich kein Problem sein! Hoffe ich jedenfalls! Ähm... Okay, dich lass ich noch sein! Komm! Komm! Komm her! Komm her! Will ich! Nein! Oh verdammt! Nein! Leute! Dämlich muss man denn sein... Hey! Jetzt doch! Nein! Nein! Ach! Was ist denn jetzt los? Ach! Hört doch auf! Es ist nicht lustig! Oh! Haha! Jetzt hab ich dich! Hä? Ich muss springen und da... Oh! Wie dämlich! Ist das denn? Hä? Das ist ja voll easy so! Bam! Da hast du's! Oh komm komm komm! Steine helle! Für dich, für euch hab ich noch Zeit! Wow! Oh! Ach! Oh! 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 Hey! Komm her, du Panzer! Dankeschön! Und nimm dies! Und jetzt wird sie wütend! Mensch! Ja! Ach! Ist das euer Ernst? Willst du wohl? Damit aufhören? Ich hab doch keine Chance! Ja! Das wird... Das wird heiss! Heiss! Komm her! Sprich doch fast selber runter! Mensch! Ja! Bam! So! Deine kleinen Kollegen sind jetzt auf jeden Fall weg! Den hab ich denn... Hab ich es gezeigt und dir zeig ich es! Nachher auch! Sobald du mir einen Panzer gibst... Hey! Eigentlich solltest du mir jetzt noch einen Panzer schiessen! Huh! Ach! Nein! 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 Ich will nicht sterben! Ich will nicht! Ich wehre mich! Dagege... Oh! Warum treffe ich die denn nicht? Komm her! Komm her! Oh! Kannst du nicht einfach mal herkommen? Dankeschön! Und jetzt hab ich dich endlich! Ach! Hurra! Ich hab sie getroffen! Ich hab sie getroffen! Schalalala! Schalalalalala! Ja! Ich hab nen Stern! Huh! Ähm! Ja! T... Okay! Ich würde sagen... Wir haben noch ein bisschen Zeit! Und wir machen gleich noch einen Stern dazu! Talalala! Babam! Okay! Okay! Du hast eine Neu-Doxie entdeckt! Ja! Das nehm ich an! Dass ich eine neue... Was hast du mir zu sagen? Weil ich die Basis entdeckt! Und wir messen ungehörig große... Energiemengen! Was treiben die da bloß? Ähm! Ich weiss es nicht! Ich nehme an! Das muss ich jetzt rausfinden! Oder? Stimmt's? Hab ich recht! Okay! Dann tun wir doch das gleich mal! Aber zuerst! Muss ich da noch hin? Okay! Fliegen wir da mal hin! Und... Ist das das was ich denke? Klebekokons und Königsspinne! Ja das ist... Ja wunderbar! Das wird echt lustig Leute! Wirklich! Das wird echt lustig! Ich mag's! Ich weiss nämlich noch was es ist! Hahaha! Schon wieder hier starten! Ich... Ich nehme jetzt mal an! Ich muss hier! Achso! Nein! Stimmt! Jetzt weiss ich es wieder! Okay! Dann würde ich sagen... Gehen wir da mal gleich hin! Und... Ähm! Wollt ihr? Da... Mit aufhören? Naja! Ich brauche nicht! Aber euch brauche ich! Ich würde sagen... Ich gehe gleich mal weiter! Denn ich habe auf die jetzt keine Lust! Und dann hopp! Und... Jopp! Und jopp! Und jopp! Ähm! Und jetzt! Hopp! Also wollen wir zuerst! Hm... Ich glaube aber ich habe nicht genug Teile! Lalalala! Komm schon! Gib mir ein paar Sternteile! Ah! Wenn ich um 50 davon esse, freue ich mich! Wenn ich genug habe, dann kannst du ein paar... Ne! Das machen wir noch nicht jetzt! Dann machen wir das wohl im nächsten Part! Ja Leute! Ich glaube wir gehen jetzt zu der... Zu der Königsspinne! Und dann machen wir vielleicht im nächsten Part... Diesen Gourmet... Luma! Und jetzt! Will ich weiter gehen! Schuh! Oh! Das gibt... Sternteile! Und jetzt? Wohin willst du? Nach ihr! Komm! Spring! Dann kann ich auf dich... Drausspringen! Bist du noch am Springen! Und dich mache ich auch platt! Platt wie eine Flunderspinne! Oh! Oh! Ja! Mach ich halt so, wenn du nicht willst! Ja! Okay! Los komm! Und... Tschüss! Wahoo! Okay! Das wird richtig interessant jetzt! Und... Haaa! Mal schauen, ob ich das noch kann! Ey! Bist du wohl weg! Und... Tschüss! Oh! Hab ich das jetzt? Oh Gott sei Dank! Ich dachte schon! Ich hab schon gedacht! Ich zieh noch was interessantes! Ah! Kommen wir jetzt noch zum... Boff? Komm schon! Pass! Ach! Kommt! Lasst das einfach gut sein! Ich mag jetzt nicht! Oh! Achtung! Und... Und... Heia! Wihi! Wihi! Okay! Der ist eigentlich auch kein Problem! Ich mag überhaupt... Fuck! Danke Mario! Aua! 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 Ja! Du mich auch! Und... Boing! Ähm! Du hast sauknäpfen! Ja! Du hast sauknäpfen! Oh! Das war jetzt wirklich ein fail! Von mir! Definitiv! Okay! Und springen! Und springen! Und rennen! Und rennen! Und schneller! Oh! Und verdammt! Dann weiter! Weiter! Hoppa! Dann! Und... Oh! Verdammt! Und... Tabam! Und jetzt könnte es richtig interessant werden! Komm schon! Stell dich nicht an Mario! Dann weiter! Und... Juhu! Und... Den anderen habe ich eigentlich auch getroffen! Jetzt noch dich und tschüss! Das war die Eins! Okay! Und jetzt wird der Wolf Dauer! Ok! Komm schon! Hör doch auf! Das ist überhaupt nicht lustig! Weisst du das? Was du da treibst! Ok! Ne! 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 Ich würde sagen, ich renne noch ein bisschen weiter! Und dann hoch! Und drüber! Ja! Yes! Yes! Dann! Hopp! Nein! Hör auf! Das kannst du vergessen! Weiter! Und... Bada! Und hopp! Und hopp! Und hopp! Und hopp! Und verdammt! Und... Und... Bam! Das war's mit dir, du kleine Drecks... Spinne! Wie ich Spinnen hasse! Ich hasse Spinnen! Ich hasse sie! Ich hasse sie! Ich hasse sie! Leute! Ich hasse Spinnen! Ich habe ernsthaft eine Spinnenphobie! Leute! Und das war kein Scherz! Das ist mein Ernst! Ich habe eine Spinnenphobie! Ja! Aber... Egal! Der Spinnen haben wir uns gezeigt! Und ja Leute! Wenn euch das gefallen hat! Gebt einen Daumen hoch! Und... Bye Bye!